Hallo meine lieben Freunde! Willkommen zurück zu News to Baluigi U! Ja, ich nehme das hier gerade früh am Morgen aufzusehen, kann es doch sein, dass meine Stimme noch so ein bisschen... So ein bisschen... ist, ja. Und natürlich noch, weil ich immer noch nicht hundertprozentig wieder gesund bin, aber pfff... Ist ja egal. Ja, ist zumindest für mich früh am Morgen, wir haben 11 Uhr. Ich bin gerade erst aufgestattet. Ja, aber ist okay. Ist ja okay, wir haben ja Wochenende. Ich habe gerade gedacht, ich hätte noch Ton an meinem Gamepad an, das wäre ein bisschen scheiße gewesen, aber nee, hat sich erledigt. So, wir waren auf der Suche nach dem Secret Exit. In diesen Röhren bei den Piranha-Pflanzen war ja kein Secret Exit und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist es? Ich habe keine Ahnung! Ist hier oben vielleicht irgendwo? Nein! Boah! Leute, Leute, Leute! Hier ist ja eigentlich gesehen nichts. Ich weiß, irgendwo war eine Mini-Röhre. Aber bei New Super Mario Bros. U gab es ja auch ganz viele Mini-Röhren. Aber die waren ja alle irgendwie nur zu Deko da. Irgendwie ging es da ja nie wirklich weiter. Und außerdem, hier wird man ja nirgendwo zum Mini-Luigi. Deshalb kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass in der Röhre was ist. Ja, ihr seht da unten die. Hier ist ja nichts. Okay, ich wusste ja nicht, dass man das machen kann. Ich bin eigentlich hier. Nein. Sollen wir das hier auch machen? Ja. Ich hab gedacht, vielleicht kommt da ja ein Mini-Pilz raus. Aber da wird doch nichts sein. Ich bin ratlos. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo das Secret Exit sein könnte. Ich hab mir jetzt nochmal mein New Super Mario Bros. U-Part angeguckt. Wo ich auch in dem Level bin. Nur um zu gucken, ob auch wirklich in dem Level das Secret Exit ist. Und ja, es ist wirklich in diesem Level. Tausend Dank, nur das hier für deine Hilfe. Ich finde den Totenschwil im Hintergrund ziemlich geil. Ja, jetzt bekomme ich die Feuerblume! Ist das euer Scheiß-Erst? Ihr seid doch alle Ersche, ey. Weißt du, die ganzen letzten Parts wollte ich unbedingt die Feuerblume haben. Und jetzt, ja. Fickt euch doch! Ich muss mir merken, irgendwann mal, wenn ich... Warten auf Lucky 2... Oh fuck! Wenn ich irgendwann mal, äh... einen Mini-Pilz habe, dass ich den dann in dem Level einsetze. Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Okay! Da war das, da war das, da war das, da war das! Wann habt ihr euch noch, als ich im letzten Part gesagt habe, es gab so ein fieses Secret Exit? Das ist es. Daran kann ich mich noch so gut erinnern, weil damals der Wolf, der hat auch so lange danach gesucht. Und ich frage mich auch, er hat auch gesagt, wie soll man darauf kommen? Und das frage ich mich auch. Nur weil da ein Fenster ist. Ja, weil da ein Fenster in der Wand ist. Sollte automatisch ein Hidden Block sein. Das ist schon ziemlich krank. Oh, guck mal, ein Luigi. So ein Luigi-Stein. Stein. Nö. Schade. Hallo, Lakitu. Ich muss doch wahrscheinlich Lakitu töten, oder? Oh, ich habe so gehofft, dass da gerade die letzte Star-Coin war, weil ich echt wenig Zeit habe. Nur noch. Aber gut, Level geschafft, aber immer noch kein Mini-Pilz. Ich brauche einen verdammten Mini-Pilz. Entschuldigung. Man braucht in diesem Spiel nie einen Mini-Pilz. Und jetzt ausgerechnet, ne? Normalerweise bekommt man die in Hülle und Fülle und du brauchst die einfach nicht. Magma-Vondue? Ach, du Scheiße, ey. Hei, 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 hei. Boah, ist das fies. Leck mich doch. Was? Alter, ich habe... Ich habe die B-Taste gespampt. Also, dass er da nicht gesprungen ist, das verstehe ich nicht. Warum heißt eigentlich jede Festung Pressfestung? Boah, meine Fresse, ich hasse Husten. Husten ist echt nicht schön. Holy shit, Alter. Okay. Dafür muss ich jetzt ernsthaft groß sein. Mit dem Schwarz. Die habe ich gesehen. Oh mein Gott. Ich habe die erwischt, Mann. Ich habe die erwischt. Oh mein Gott. Okay. Konzentration. Rennen. 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 Gibt es nirgendwo Power-Up, oder was? Oh. Fuck. Okay, abgesehen von der ersten Starcoin haben wir alles, aber dafür müsste man... Hätte man groß sein müssen. Das war ein bisschen... Das war gerade nicht so praktisch. Aber gut. Ich hoffe, ich besiege den jetzt, weil sonst... He, he, he. Ja gut, da müssen wir so oder so nochmal rein. Oh, egal, ob ich den jetzt besiege oder nicht. Hallo, Mordi. Okay. Holy shit, ey. Gut. Das war Nummer 1, Mordi. Das war Nummer 2, Mordi. Kann man eigentlich so leicht killen. Man denkt ja, es ist eigentlich mega schwer wegen den ganzen Pookies. Okay, aber... Wenn du den gar nicht erst dazu kommen lässt, überhaupt die Pookies zu holen, dann ist der relativ easy. Und somit haben wir Welt 2 auch geschafft. Uns fehlt zwar noch das Secret Exit und eine Starcoin, die werde ich auch jetzt noch nachholen. Also zumindest die Starcoin, das Secret Exit. Werde ich vielleicht nochmal offscreen gucken, ansonsten müssen wir halt warten, bis wir den Mini-Pilz haben. Hoho! Yes, speichern! Ja! Ich möchte aber... Oh, falsch. Möchte aber gerne. Ja, komm. Wir haben so viele von den Scheißpilzen. Da können wir mal einen verbraten. Ja? Da mal auf, Luigi. Oh. Oh. Oh man, Luigi! Da ist Mopsy! Oh. Gott, ey. Okay. Ähm, äh... Next try, Luigi, next try. Dann nimm die Eisbüro. Da werde ich vielleicht auch nicht dazu verleitet, äh, einfach das komplette Level zu skippen, weil ich es auch gar nicht kann. Und run. Okay. Holy shit. Okay. Jetzt einfach nur noch durchrennen, ne? Ja. Ja. Renn, 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 lalalalala. Und... Fein. Hehe, okay. Läuft. So, Mon. Auf ein neues, mein Freund. Auf ein neues. Ich hab sogar die fucking Eisblume. Oh, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Mann, das Secret Exit stört mich aber ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber... Ich will das Secret Exit haben. Ja gut, beim ersten Mal. Kannst du den Trick halt nicht machen. Aber gut. Ich verlange ja auch nicht, dass man es machen kann. Okay, Mordi. Das war Nummero Uno. Komm mal schön hin. Hehe. Ja, so easy. Ja, so easy. So, dann kommen wir wieder an. Nicht zu weit. Sauber, Mordi. Das war's schon. Ja, wollte ich nicht. So. Dann hätten wir, wie gesagt, Welt 2 komplett. Bis auf das Secret Exit mit dem Secret Exit Level. Nochmal, speichern. Ja klar, gerne. Speichern mal halt nochmal. Mopsi. Hallo. Na, wie geht's dir? Willst du ausgerechnet zum Lucky Toon? Lass dir mal den armen Lucky Toon holen. Oh fuck, egal. Äh, ich hab das. Mopsi geschnappt. Mein Toix, tausend Dank. Hier nehme ich es als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich bin mir sicher, dass es dir irgendwann mal helfen wird in Schwierigkeiten. Denke ich auch. Aber, keine Ahnung. Ey, ich hatte 88 Sekunden. Krieg ich dann noch einen Bonus. Verdammte Scheiße, ey. So. Das war's eigentlich schon. Ich will nochmal. Ich tue mir leid, Freunde. einmal machen wir jetzt mal nochmal da rein. Ich mach' dir jetzt mal ganz im Ernst. Wo zur Hölle? Sollt hier ein Secret Exit sein? Ich versteh's doch nicht. Ich will in die Mini-Ruhrer. Aber hier gibt's doch auch nirgendwo... Es gibt hier noch nirgendwo Mini-Pils. Scheiße. Okay. Leute. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Hat mir gut gefallen. Wir haben Welt 2 abgeschlossen, wie gesagt. Secret Exit fehlt noch. Und das Secret Exit Level. Aber. Scheiß mal erstmal drauf. Ich werd mal ein bisschen offscreen gucken. Ansonsten warten wir, bis wir den Mini-Pils gefunden haben. Und. Ja. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, schaltet demnächst mal wieder ein. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, da bin ich nicht gerade so krank. Also. Ich bin schon ein bisschen krank. Und so. Egal. Und ja. Würde mich sehr freuen. Ich sag, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.